Sie alle wissen, wie wichtig Zähneputzen für die Gesunderhaltung des Gebisses ist und dass die effektive Entfernung von Zahnbelegen eben Krankheiten wie Karies oder Parodontose vermeiden kann. Und aus diesem Grund möchte ich Ihnen heute mal sechs Tipps mitgeben, damit Sie besser Ihre Zähne putzen können. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dr. Reinhard Dittmann. Ich bin niedergelassener Zahnarzt in einer Praxis für Zahnerhaltung in Potsdam. Wir sorgen dafür, dass unsere Patienten mit 80 noch Zähne wie mit 18 haben. Und wenn Sie dieses Ziel auch erreichen wollen, dann abonnieren Sie bitte diesen Kanal, läuten Sie die Glocke und melden Sie sich natürlich gleich auch schon mal zu meinem Zahnerhaltungskurs an. Die Anmelde-Link dafür gibt es unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, E-Mail-Adresse eintragen und schon sind Sie dabei. Ja, und heute möchte ich mal über ein ganz wichtiges Thema reden, nämlich über die Reinigung der Zähne, die Sie ja zu Hause selbst durchführen müssen. Und da gibt es einfach ein paar Dinge, die man ganz einfach ab sofort anders und besser machen kann, um eben die Effektivität zu verbessern. Der erste Tipp ist, nehmen Sie sich bitte einmal am Tag Zeit, um Ihre Zähne gründlich zu reinigen. Ich treffe ganz häufig Patienten, die zu mir sagen, ich putze doch dreimal am Tag meine Zähne. Wie kann denn das sein, dass da jetzt was kaputt geht? Nun, es ist nicht entscheidend, wie oft Sie Ihre Zähne am Tag putzen, denn das Zähneputzen ist nicht dafür da, bitte ganz wichtig, nicht dafür da, Essensreste aus dem Gewiss zu entfernen, aus dem Mund. Ja, Zähneputzen ist dafür da, um Zahnbelege zu entfernen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das eine ist, Sie haben was gegessen und nach dem Essen befinden sich irgendwelche Nahrungsreste in Ihren Zahnzwischenräumen, vielleicht auf den Kauflächen, vielleicht am Zahnfleischrand. Die müssen dann natürlich irgendwann mal weg, aber selbst wenn die jetzt da bleiben, dann passiert erst mal nichts. Wichtig ist, dass sich auf einer komplett sauberen Zahnoberfläche, auch ohne dass Sie irgendwas dazutun, mit der Zeit Zahnbeläge bilden, sogenannter Biofilm und in diesem befinden sich Bakterien. Und die Aufgabe der Zahnreinigung des Zähneputzens ist im Grunde genommen ausschließlich diesen Biofilm, diese Plagg, diese Zahnbeläge zu entfernen. Das bedeutet, es reicht völlig aus, wenn Sie einmal am Tag Ihre Zähne gründlich reinigen, um diese Belege zu entfernen. Denn erst wenn dieser Zahnbelag eine gewisse Zeit gereift ist, dann sind dort Bakterien drin, die eben zum Beispiel Säure produzieren, wenn Kohlenhydrate in Ihre Mundfülle kommen. Das dauert aber länger als zwölf Stunden. Das heißt, wenn Sie einmal am Tag gründlich Ihre Zahnbeläge entfernen von den Zähnen, dann kann Ihren Zähnen nichts passieren. Sie können natürlich zwei- oder dreimal am Tag Ihre Zähne putzen, das ist gar kein Problem. Die anderen Male können Sie dann auch schnell putzen und vielleicht oberflächlich, um wirklich nur Nahrungsreste zu entfernen oder eben um auch einen besseren Geschmack zu haben. So, das Zweite ist, Sie brauchen die richtige Technik. Ich beobachte ganz häufig, dass Riesenfehler gemacht werden. Häufig zum Beispiel gibt es keine richtige Systematik. Das bedeutet, die Menschen putzen einfach Ihre Zähne irgendwie kreuz und quer. Fangen mal hier an, dann machen Sie hier weiter, springen wieder zurück. Das führt einfach nur dazu, dass Sie an irgendwelchen Stellen ganz sicher Ihre Zähne nicht geputzt haben, die dann immer übrig bleiben. Deswegen gewöhnen Sie sich bitte eine Systematik an. Beginnen Sie bitte immer an derselben Stelle mit dem Zähneputzen. Von mir aus rechts oben. Dann putzen Sie erst alle Außenflächen nach links oben. Dann wechseln Sie auf die Innenseite, putzen wieder zurück nach rechts. Dann wechseln Sie einfach den Kiefer, fangen unten rechts an, putzen rüber zur anderen Seite, auf der Außenseite, gehen nach innen und innen wieder zurück auf die rechte Seite. So, und dann können Sie, wenn Sie möchten, zum Schluss die Kauflächen noch putzen, aber in der Regel ist das gar nicht mal so wichtig. Denn die werden einfach durchs Kauen, wenn Sie Essen selbst gereinigt. So, das Zweite, was oft schief geht, ist, dass Menschen, die wechseln von einer Handzahnbürste auf eine elektrische Zahnbürste, dass die noch solche Putzbewegungen machen. Ist völlig unnötig, Sie müssen eine komplett neue Putztechnik erlernen, weil dieses Schrubben mit einer elektrischen Zahnbürste Ihre Zähne eher kaputt macht und einfach verhindert, dass die Borsten der Zahnbürste in die Zwischenräume kommen, wo Sie aber hin müssen, um dort eben durch Ihre Schwingung die Zahnbelege zu entfernen. Also bitte eine Systematik angewöhnen und nochmal die richtige Technik erlernen, vielleicht zusammen mit Ihrer Profilaxe-Assistentin. So, dann Punkt Nummer 3, das richtige Werkzeug. Ja, da gibt es auch schon ein Video von mir, wo ich erkläre, warum es aus meiner Sicht viel, viel günstiger ist, eine elektrische Zahnbürste zu benutzen als eine Handzahnbürste. Ich möchte das gar nicht im Detail ausführen, ich verlinke Ihnen das Video mal hier. Ich habe damals eine oszillierende Zahnbürste empfohlen, die ich selber benutze. Ich bin tatsächlich inzwischen umgestiegen auf eine Schallzahnbürste, auf die Philipsonica. Ich verlinke Ihnen die gerne auch mal unten in der Videobeschreibung. Gerne auch die Ural-W-Zahnbürste, da muss ich nochmal ein eigenes Video machen, welche von denen wirklich Vorteile hat. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass eine elektrische Zahnbürste, wie auch immer sie funktioniert, viel besser ist als eine Handzahnbürste. So, dann kommen wir zum Punkt Nummer 4, die richtige Zahncreme. Es wird ja wahnsinnig viel diskutiert, was in einer Zahncreme drin sein soll oder nicht drin sein soll. Ob das jetzt Floride sind oder ob das irgendwelche Hydroxylapatitkristalle sind, die angeblich den Zahnschmelz wieder aufbauen. Es gibt eine Sache, über die relativ selten geredet wird, und das ist die Abrasivität der Zahnpasta, also sozusagen wie stark die Zahncreme auf ihrer Zahnoberfläche schmirgelt. Sie wissen selbst, dass wenn Sie in den Baumarkt gehen und sich mal beim Sandpapier umschauen, da gibt es grobe Körnung und feine Körnung und logischerweise wird die grobe Körnung mehr die Oberfläche abschmirgeln, als eine feine Körnung. Und jetzt ist die Frage, wie stark darf die Körnung einer Zahnpasta sein, um einerseits effektiv die Zahnbillige zu entfernen, aber andererseits die Oberfläche nicht zu beschädigen. Und da gibt es als Messgröße den sogenannten RDA-Wert. Das ist also die relative Dentinabnutzung. Und dieser RDA-Wert gibt eben die Abrasivität der Zahnpasta an. Und der sollte im Idealfall zwischen 30 und 60 liegen bei einer Zahncreme, die Sie dauerhaft im Einsatz haben. So, wenn Sie jetzt mal im Internet schauen, da gibt es Tabellen. Ich verlinke Ihnen gerne mal eine Praxis in Süddeutschland, die also eine Tabelle auf Ihrer Homepage hat, wo diese Werte angegeben sind, dass die meisten Zahncremes oberhalb des RDA-Wert von 60 sind, insbesondere die Weißzahncremes. Also seien Sie bitte extrem vorsichtig, wenn Sie eine Weißzahncreme kaufen, egal was da draufsteht, ob das jetzt Sensation-White oder Ultra-Weiß oder sonst irgendwas ist. Alles, wo Weiß drin steht, da können Sie davon ausgehen, dass Sie einen extrem hohen RDA-Wert haben, um eben irgendwelche Verfärbungen von der Oberfläche wegzuschmirgeln. Das führt aber natürlich auch dazu, dass die Zahnoberfläche entsprechend verletzt und abgetragen werden kann, sodass Sie diese Zahncremes bitte nicht im Dauereinsatz benutzen sollten. Nach unten hin gibt es wenige Zahncremes, die unterhalb dieses RDA-Werts von 30 liegen, aber dann würden sie eben auch praktisch gar keinen Effekt mehr bringen, dann könnte man sie genauso gut auch weglassen. So, und eine Sache ist auch noch wichtig, es gibt tatsächlich Zahncremes, die auch sensitiv im Namen haben. Das Sensitiv sollte eigentlich darauf deuten, dass die Abrasivität gering ist, aber es gibt eben auch einen Hersteller mit einer Sensitiv-Zahncreme, wo die Abnutzung relativ stark ist und der RDA-Wert also entsprechend hoch ist. Also da bitte mal die Tabelle wirklich anschauen und da nochmal überprüfen, ob Ihre Zahnpasta wirklich für den Dauergebrauch geeignet ist. Wie gesagt, der RDA-Wert sollte unter 60 liegen, maximal 70 sein, dann ist es für den Dauergebrauch okay. So, dann kommen wir zum fünften Punkt, das richtige Timing. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass einmal am Tag Zähneputzen im Grunde genommen ausreicht. Das ist vielleicht schon ein Schock für Sie, jetzt kommt der zweite Schock. Die Frage ist, wann sollte man seine Zähne putzen? Sollte man das vor dem Essen tun oder nach dem Essen? Dazu müssen wir einen ganz kurzen Ausflug machen, wie eigentlich Zähne kaputt gehen. Es geht ja im Grunde genommen um die Karies-Vermeidung. Für die Vermeidung der Parodontose ist es im Prinzip egal, ob Sie Ihre Zähne vor oder nach dem Essen putzen, aber für die Vermeidung der Karies spielt es eine Rolle. Wichtig ist zu wissen, dass Zähne ja nicht durch Zucker kaputt gehen. Zucker schadet Ihren Zähnen nicht. Woran liegt das? Ja, der Zucker, wenn der auf dem Zahn drauf ist, tut einfach dem Zahn nichts. Der Zahn wird nur dann beschädigt, wenn auf dem Zahn Belege sind, die Bakterien enthalten. Diese Bakterien verwandeln nämlich den Zucker in Säure. So, das heißt, die Strategie, um keine Karies zu bekommen, ist ganz einfach. Entweder ist kein Zucker da oder es ist keine Säure da, beziehungsweise es sind keine Bakterien da, die aus dem Zucker Säure machen. Und wenn Sie jetzt vor dem Essen Ihre Zähne reinigen und effektiv Ihre Zahnbelege entfernen und somit alle Bakterien entfernen, die überhaupt aus Zuckersäure machen könnten, dann können Sie danach so viel Zucker essen, wie Sie wollen. Es wird Ihren Zähnen nichts anhaben. Aber bedenken Sie bitte, wenn natürlich irgendwo Zahnbelege sind, die Sie vielleicht nicht geschafft haben, wegzuputzen, dann entsteht sehr wohl Säure und an den Stellen kriegen Sie dann vielleicht doch eine Karies. Das heißt, Sie sollten jetzt nicht zu übermäßigem Zuckerkonsum übergehen, nur weil Sie jetzt wissen, dass Sie vor dem Essen mit dem Zähneputzen eigentlich die bessere Wahl getroffen haben. Also bitte den Zucker trotzdem nicht übermäßig genießen. Aber wenn Sie Kohlenhydrate zu irgendwelchen Mahlzeiten essen, dann haben Sie einen Riesenvorteil, wenn Sie vor dem Essen Ihre Zähne putzen, weil Sie einfach die säurebildenden Bakterien entfernen. Zusätzlich wird sich auch noch, wenn Sie fluoridhaltige Zahncreme benutzen, dieses Fluorid in die Zahnbelege einlagern und die Bakterien auch noch davon abhalten, aus dem Zuckersäure zu machen. Also hätten Sie quasi einen doppelten Effekt durch das Putzen vor dem Essen. Und nach dem Essen nützt es Ihnen natürlich dann immer so viel, weil dann haben Sie natürlich die Säureproduktion schon am Laufen. Und im schlimmsten Fall, wenn Sie jetzt auf Stellen Ihre Zähne putzen, die gerade entkalkt wurden durch die Säure, dann entfernen Sie eben auch noch oberflächlich Zahnsubstanz, was den Zahn dann im Prinzip jetzt noch doppelt schädigen würde. Also bitte denken Sie darüber nach, ob es nicht Sinn machen könnte, die Zähne vor dem Essen zu putzen. Morgens ist sowieso viel angenehmer, wenn Sie aufstehen und gleich Ihre Zähne putzen, als wenn Sie das erst nach dem Essen machen. So, und dann habe ich noch einen sechsten Punkt, der ist auch ganz wichtig. Und zwar brauchen Sie natürlich Feedback zu Ihrer Putztechnik. Woher wollen Sie denn wissen, dass Sie wirklich alle Bereiche Ihrer Zähne optimal geputzt haben, insbesondere an den Backenzähnen, hinten in den Zwischenräumen, an Stellen, wo Sie selber niemals hingucken können? Da brauchen Sie Feedback. Eine Möglichkeit, sich Feedback zu holen, ist, sich Färbertabletten zu besorgen und die Zähne selber anzufärben. Da können Sie in den vorderen Zähnen, in den Bereichen vorne, natürlich schon mal sehen, wie effektiv Sie da geputzt haben, können Ihre Putztechnik kontrollieren. Aber wie es weiter hinten aussieht, da brauchen Sie im Grunde genommen einen Profi. Und wenn Sie sowieso zur professionellen Zahnreinigung gehen, können Sie natürlich auch sich Feedback einholen. Das heißt, Sie fragen einfach, schauen Sie doch mal bitte, wie sieht es denn hinten aus durch meinen Backenzähnen, sind da Zahnbeläge. Viele Zahnärzte haben heute auch intraorale Kameras. Da kann man auch Fotos machen von den Zähnen. Und wenn dann dort Zahnbeläge übrig sind, dann kann man die natürlich sehr schön auch mal anschauen und sichtbar machen und dann eben die Putztechnik versuchen, so zu verbessern, dass man die eben auch schafft, da diese Belege wegzumachen. So, wenn Sie diese sechs Tipps umsetzen, glaube ich, sind Sie schon einen Riesenschritt weiter, werden viel effektiver Ihre Zähne reinigen können, werden viel weniger Probleme mit irgendwelchen Krankheiten haben an den Zähnen. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, der eine oder andere Aha-Effekt dabei war, dann geben Sie dem Video gerne einen Daumen hoch, abonnieren Sie den Kanal, läuten Sie die Glocke natürlich. Wenn Ihnen noch andere Tipps einfallen, bitte gerne unten in die Videobeschreibung reinschreiben, kommentieren. Ich freue mich immer über Ihre Kommentare. Viele Videos entstehen durch solche Kommentare, weil ich denke, Mensch, das ist ein Video wert, dieser Kommentar, so wie dieses Video hier auch. Und wenn Sie zu meinem Zahnerhaltungskurs, den Sie noch nie angemeldet haben, dann bitte auch das gerne noch machen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Tschüss, Ihr Rainer Dittmann.